Einmal im Leben lernst du einen Menschen kennen und weißt ganz genau, dass du für diesen Menschen dein ganzes Leben lang Gefühle haben wirst. Und mit diesem locker leichten Spruch Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Mein Name ist Alisson Berger und wir spielen immer noch kein Ranked Mode. Letzte Folge für dieses Aufnahmeprogramm momentan nehme ich mit Fraps auf. Ich glaube ich werde jetzt für die ersten fünf Folgen habe ich jetzt allein schon fast 300 Gigabyte aufgenommen. Das ist schon ultra heftig viel. Und jo. Was haben wir denn heute noch gar nicht gespielt? Blitz haben wir heute noch gar nicht gespielt, obwohl ich den sehr sehr gern mag. Das ist seriös. Ja, warum habe ich diesen Spruch jetzt einmal vorgelesen? Ja, er hat mich an vergangenen Tage erinnert, auf die ich jetzt aber gar nicht weiter mal so eingehen möchte. Sondern, jo, es ist mir wieder einfach mal... Also ich bin ja gerade letzte Folge, habe ich ja die ganze Zeit in Facebook rumgescrollt, da kam jetzt dieser Spruch hier. Da habe ich mir gedacht, das ist ja mal eine schöne Einleitung. Vielleicht lässt es den einen oder anderen mal ein bisschen drüber nachdenken, über eigene Lebenssituationen. Ich habe es auf jeden Fall getan. So, ich bin wieder Bombe. So, ich habe gerade schon den nächsten Spruch gefunden. Aber da müssen wir erstmal gucken. Den lese ich vor, wenn ich wieder tot bin. Wo können die denn noch wo? Hier. Der Stacheldraht ist verlegt. Nein, 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 nein. Oh. Es bleiben fünf Sekunden. Gerät wurde aktiviert. Bombenstandort sicher. So. Ähm. Jo, mach mal hier nochmal hin. Der Stacheldraht ist bereit. Gerät ist platziert. Ich, äh, mach das ja auch immer gerne mal an Wände ran. Aber hier gibt es leider nicht so viele Wände, die sich lohnen. Aber DJ Shock steht hier immer noch rum. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Ich wechsle das Magazin. Ähm. Ich hab nichts mehr. Shit. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst das. Glück gehabt. Ich lade nach. So. Wird mir nicht gemacht. Was bei mir noch? Ein Gegner verbleibt. Boah. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene Truppe. 4-0 wieder. Er hat erst da rumgesprungen wie so ein kleines Wiesel, Alter. Guck dir das mal an, wie ich verzogen habe. Das ist ja nicht mehr feierlich. So. Thatcher. Gib mir Thatcher. Lief. Nächte Zeit ziemlich gut. So. Ich hab den nächsten Spruch gefunden. Ich werde niemals so wie ihr. Denn ihr träumt nur noch im Schlaf, um am Tag zu funktionieren. Ist allerdings wahr der Spruch. Ähm. Ja. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Das, was wir träumen, hat mit der Realität schon lange nichts mehr zu tun. Ist leider wahr. Ich meine, ich hab grad was gehört. Es kam von hier hinten. Genau da sind sie schon. Ist nicht an so einer Dose hängengeblieben? Eure Drohne hat hier funkt. Dann ist die nächste jetzt logischerweise hier. Da hinten. Achtung. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Sichtkontakt mit kein Zehn Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. So. Der Schafer ist jetzt gesichert. Wir haben eine Bombe. Der schafft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Aber wir dürfen nur noch zu 4T ruleen. Naja. Dürfte machbar sein. So. Wir gucken mal. Das zackt natürlich ein bisschen wem den ganzen Holzstücken hier. So. So. Hat das Spiel doch gleich verlassen. So. Jetzt habe ich hier ein Bild gesehen von Sex ist der geilste Sport. Juuuup. Wir gucken natürlich unserem Operator hier zu. Was der denn jetzt ist nicht so ein bisschen was machen würde. Was war denn hier? Wieder mal nackte Vibe auf Facebook. Uiuiui. Na ja Spruch. Was interessiert mich bei... Was passiert mich bei meinem BMI? Solange mein EQ höher als mein Gewicht ist, bin ich zufrieden. Bei mir ist es nicht so schwer. Ich glaube ich wiege so... Also... Knapp 60 Kilo. Knapp 60 Kilo wiege ich. Also... Da darf mein EQ hoffentlich höher sein. Jo. Nice try. Eigener Druck getötet. Aber leider gefehlt. Was aber macht man auf Facebook? Na. Leider nix Gutes an. Einen Spruch habe ich wieder gefunden. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder spielen. Damit wir uns diesen Spruch auch verdienen. Blitz hat gerade so gut funktioniert. An dem ein... Bandit. Fläger Blitz. Was man braucht, um glücklich zu sein. Geld? Erfolg? Nein. Nur jemanden, auf den man zählen kann. Und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Ja. Ist vollkommen korrekt. Deswegen haben wir beste Freunde. Auf die können wir nämlich meistens immer zählen. Jo. Also wir haben meistens beste Freunde. Die sich für den Scheiß in seinem Leben interessieren. Und heutzutage ist das ja nix ungewöhnliches, dass in... Ne. Schon wieder hier. Dass in deinem Leben ne Menge Scheiß passiert. Der Stacheldraht ist bereit. So. Wir müssen jetzt schnell weiter. Schutztplatz einsetzen. Hier darf halt keiner durch. So, damit ja keiner drüber springen kann. Gibt's hier ne Drohne? Es bleiben noch 10 Sekunden. Und da hat sich einer hin. Es bleiben 5 Sekunden. Dingst. Schützt eure Wunden vor der Entschärfung durch den Gegner. Nein, lass mich doch da rein. Am Kanoi, alter. Machen wir hier nochmal was hin. Gerät wurde platziert. Und jetzt fangen wir an zu verbarrikadieren. Ich wurde gleich weggemacht. Das kann nicht wahr sein. Die Runde ist verloren. Was ein Time-Luck für die. So, gucken wir mal. Können wir ein bisschen supporten? Jo, guck mal sogar tatsächlich. Da haben wir nämlich einen. Da haben wir niemanden. Ja, ist drin. Wenn wir kurz hier gucken. Nee. No. No. Oh, sieht schlecht aus. Mein Team schlägt sich gerade nicht so, als ob ich das gewinnen möchte. Warum macht man die Tür zu? Die Türen zu den Räumen müssen immer offen bleiben. Ansonsten kann man ja selber nicht mehr da ran. Damit sperrt man sich voll aus. Die Gegner haben eine Bombe. Das ist richtig schlecht. Push ihn. Verlieg. Idiot. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Eigener Trupps eliminiert. Mission gescheitert. Mann. Kann nicht wahr sein. War so ein Nubi, wie ich mich hat wegmachen lassen. Das kann nicht wahr sein. Komm. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Die Geile. Stadion einer Beziehung. Erstens. Nicht furzen. Zweitens. Leise furzen. Drittes. Laut furzen. Viertens. Laut furzen und sich gemeinsam drüber freuen. Ekelhaft. Ich weiß nicht, wie man das cool finden kann. Aber okay, wenn es heute gibt. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Dann soll es so sein. Also mit meiner Ex-Freundin habe ich glaube ich nie gefürzt. Außer im Schlaf, wenn sie es nicht mitbekommen hat. Aber es war dann auch nur Ausnahmen. Er hat mich gesehen. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich lege. Was sagt der Ping? Nichts. Ping ist okay. 60 ist noch von der Ding. Ich habe momentan eine wunde Nase. Das tut voll weh, wenn ich davon entgegenstoße. Das zackt richtig. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Habe ich gerade schon gesehen. Fünf Sekunden bis Einsatz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Bombe gefunden. Ja, krass. Ich habe nicht, was ich gerade gesehen habe. Gut. Das war jetzt unklug von mir. Ich setze eine Sprenglatte ein. So, lassen wir mal wieder gucken, was immer denn hier schön ist. Machen wir erst mal das Ding hier weg. Das muss das alles Müll sein. Auch das muss. Jetzt müssen wir jetzt langsam rein hier. Oh, wie assi. Der Schaf ist nicht länger in deinem Besitz. Das muss das alles gut sein. Das war's. Komm. Komm! 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 Lamm! Komm! Sprengladung wird eingesetzt. Entschärfer ist jetzt gesichert. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ein Schärfer verbleibt. Ich leg mich doch am Arsch. Ja, Mann! Jawohl, ich stehe wieder 10-2. Das kann nicht wahr sein, Alter. Alter, geiler Aim. Hast du dich mal voll drauf? Ja, ich bin auch ein Counter-Strike-Spieler. Also ich war Legendary Eagle, Alter. Wenn man hier keinen Aim hat, dann frage ich mich, wie dann? Oh, da ging mir gerade ein bisschen die Pumpe. Oh, scheiß doch die Wand dann. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, auch gerade. Also heute haben wir echt nur so Games dabei. Also jede Menge Games, wo wir richtig hart am Ruin sind. Das ist echt geil, wie wichtig die hier einfach, wie wir die hier rasieren tun wir die jetzt nicht. Aber das war schon gerade eine starke Runde fand ich. Da war ich selbst ein bisschen überrascht von mir, dass das jetzt so gut funktioniert hat. Weil jetzt schon 2075 Punkte haben, ist ja nicht wenig. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. So. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Jetzt haben wir. Noch 10 Sekunden. Gletscher. Richten Kontakt mit Zeit. 5 Sekunden bis Einsatz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Mal gucken, wie wir uns dies genutzen machen werden. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Streusprengsatz aktiviert. Beschlusprengsatz aktiviert. Sprengladung verfüllt. Sprengladung ist angebracht. Sprengladung ist angebracht. Sprengladung ist angebracht. Entschärfer wurde erneut gesichert, ein Gegner verbleibt Entschärfer ist aktiviert, beschützt ihn um jeden Preis Schade, ich habe gehofft, dass er eins von den beiden aufgehoben wird Schade, schade, so 10-2 bleiben wir hier Letzte Runde haben wir dann halt nicht so gerult, haben wir nicht mal einen gesehen, außer halt am Anfang beim Spotten Schade, die Runde ging es auch über 20 Minuten Ja, der schreibt rein, GG, easy Also easy fand ich das jetzt auch nicht Also für die 10-2 kommen ja nicht so aus dem Himmel gefallen So, das war dann die letzte Folge mit dem Aufnahmeprogramm FRAPS Ich hoffe, die Videoqualität war einigermaßen akzeptabel Ich weiß, ich bin viel zu nubig dafür, um das richtig hinzukriegen Wenn ihr noch Tipps habt, woran das liegen könnte, dass die Videoqualität so scheiße ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare Ich werde wohl als nächstes Programm mit Open Broadcaster weiter aufnehmen Da werde ich wieder 5 Folgen machen Und danach werde ich wahrscheinlich wieder 5 Folgen noch mit Hier, Dingenskirchen Mit, äh, Nvidia Shadow Playoffs probieren Wenn das funktioniert Bis dahin Lol, jetzt hatte ich ein Brain Lack Bis dorthin, vielen Dank Bist du schon Haut rein Ciao Wir hohen Bis zum nächsten Mal Annoy